KUTAN Immobilien, meine Nummer 1. Ihr Makler in der Metropolregion. KUTAN Immobilien. Heute am Nachmittag des 17.03.2024 kam es auf der K2 zwischen Lamsheim und Gerolsheim zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Pkws. Aus noch ungeklärter Ursache kollidierten die beiden Fahrzeuge auf freier Strecke. Ein Pkw wurde in den angrenzenden Acker geschleudert. Der Fahrer musste mit schwerem Gerät von der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Lamsheim-Hessheim aus dem Fahrzeug befreit werden. Insgesamt gab es drei Verletzte. Nach ersten Erkenntnissen erlitten zwei Personen leichtere Verletzungen und eine Person schwere Verletzungen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die K2 zwischen Lamsheim und Gerolsheim komplett gesperrt. Im Einsatz waren Rettungsdienste, Rettungshubschrauber, Feuerwehr sowie die Polizei. Metropolregion Rhein-Neckar News wird nachberichten.